Ist das Pumping Lemma für reguläre Sprachen überhaupt sinnvoll, hatte ich Sie vor einigen Videos gefragt. Und einer der Gründe, den ich da angegeben hatte, warum es vielleicht doch ganz nützlich ist, sich das Pumping Lemma für reguläre Sprachen anzuschauen, war es, dass man dadurch vielleicht das Pumping Lemma für kontextfreie Sprachen besser verstehen kann. Und das wollen wir diesmal versuchen. Es geht um das Pumping Lemma kontextfreier Sprachen und wir wollen es verstehen. Und mit etwas Illustration und zeichnerischer Unterstützung hoffe ich, dass das auch ganz gut gelingen kann. Mein Name ist Markus Krötzsch, willkommen zurück zur Vorlesungsreihe zum Thema formale Sprachen und Automaten hier im Kurs der TU Dresden. Und wenn wir darüber sprechen, dass wir ein Pumping Lemma verstehen wollen, dann sollten wir uns natürlich zunächst erstmal daran erinnern, was das Pumping Lemma überhaupt war. Und ich habe hier nochmal das in der Version für reguläre Sprachen auf der Folie. Die Grundidee dieses relativ unhandlichen und relativ langen Konstrukt war es, zu sagen, dass Wörter einer regulären Sprache, falls sie eine bestimmte minimale Länge überschreiten, in jedem Fall aufgepumpt werden können, mit anderen Worten, dass man ihre Länge vergrößern kann, dass man größere Wörter finden kann, die ebenfalls in der Sprache liegen. Technisch war das so formuliert, dass man irgendeine Schwelle hatte, die Zahl n größer gleich 0, sodass für jedes Wort, welches mindestens so lang war wie diese Länge n, es eine Zerlegung geben sollte in Teilwörter, sodass der mittlere Teil, das was wir hier als v bezeichnet hatten, mindestens ein Symbol enthält und der vordere Teil, uv, nicht allzu lang ist, also kleiner gleich dieser Länge n, sodass für jede beliebige Zahl an Wiederholungen k es der Fall sein sollte, dass das Wort, welches das v-Stück k mal wiederholt, einschließlich 0 mal, ebenfalls in der Sprache liegt. Das war das sogenannte Aufpumpen hier. Naja, hier stecken wir zusätzliche Kopien von v in das Wort hinein. Und was uns das letztlich gibt, ist eine Art, nicht ganz Abschlusseigenschaft, aber eine Eigenschaft, die uns sagt, dass bestimmte zusätzliche Wörter in einer regulären Sprache immer vorkommen müssen, wenn es bestimmte andere Wörter dort gibt. Das haben wir vor allem dann dazu genutzt, um zu zeigen, dass bestimmte Sprachen nicht regulär sind. Denn wir konnten erkennen, dass in manchen Fällen das Aufpumpen in jedem Fall zu Problemen führen würde. Zum Beispiel, wenn die Länge des Wortes, über das wir reden, gerade an der Primzahl entsprechen soll, dann ist es immer problematisch, wenn wir aufpumpen, weil wir dann leicht Längen erzeugen können, die eben keine Primzahlen mehr sind. Gut, also die Idee, das Pumping-Lemma als Hilfestellung, um zu zeigen, dass Sprachen nicht regulär sind, weil es eben eine Eigenschaft ist, die für alle regulären Sprachen gilt. Umgekehrt ist es leider nicht, war, dass nur die regulären Sprachen diese Eigenschaft haben und deshalb eignet es sich auch nicht so gut, dieses Lemma, um die Sprachklasse genau zu charakterisieren. Es ist eine notwendige Eigenschaft regulärer Sprachen, aber keine hinreichende. Das heißt, wir finden auch Sprachen, die keine regulären Sprachen sind, die die Eigenschaft trotzdem haben. Es ist insofern kein allgemeines Kriterium, um Nicht-Regularität zu zeigen. Aber es hilft doch in vielen Fällen und macht es auch manchmal ganz einfach, das zu machen. Wir hatten auch schon Beispiele gesehen, in denen man sowas konkret nicht machen kann. Hier steht es nochmal, das typische Beispiel a hoch n, b hoch n lässt sich nicht aufpumpen, denn wenn ich hier ein Teil aus der Mitte beliebig oft wiederhole, dann verletze ich entweder die strenge Reihung von a, a und b oder ich zerstöre die Gleichheit der beiden Zahlen von a und b, die hier vorne und hinten gelten müssen. Okay, das ist also das Pumping Lemma regulärer Sprachen und jetzt zeige ich Ihnen als nächstes das für kontextfreier. Hier aufgepasst und hier haben wir es. Nochmal zurück, nochmal vor. Ich mache nochmal ein bisschen hin und her. Regulär, kontextfrei, regulär, kontextfrei. Sie sehen, es ändert sich gar nicht viel an der Gesamtstruktur der Aussage. Die sieht fast genauso aus wie vorher. Wir haben auch hier eine Aussage, die für alle kontextfreien Sprachen gilt. Wir sprechen auch wieder von einer Zahl n, die die minimale Länge von Wörtern beschreibt, für die dieses Lemma gelten soll. Das ist alles genau gleich, nur dass wir regulär durch kontextfrei ersetzt haben. Und es gibt wieder eine Zerlegung. Die Zerlegung sieht aber bei kontextfreien Sprachen komplizierter aus. Sie hat viel mehr Teile. Wir zerlegen das Wort z jetzt in Teilwörter u, v, w, x und y. Fünf Teile. Dabei soll das hintereinanderhängen des Teils v und des Teils x mindestens die Länge 1 haben. Das sind also der zweite und der vierte Teil in dieser Zerlegung. Und wir fordern außerdem, dass die mittleren drei Teile zusammen höchstens die Länge n haben. Das ist die Länge, ab der dieses Pumping Lemma geht. Beide dieser Hilfseigenschaften sind nicht ganz unähnlich zu denen, die wir bei regulären Sprachen hatten. Da haben wir auch gefordert, dass irgendetwas mindestens ein Buchstaben enthält, nämlich der Teil, der gepumpt wurde. Und dass der vordere Teil in dem Fall nicht länger war als die Länge n. Diesmal fordern wir, dass der mittlere Teil nicht länger ist als die Länge n. Und dass diese beiden Stücke länger sind als 1. Warum das so ist, werden wir gleich hoffentlich verstehen. Das eigentliche Pumpen kommt hier in der letzten Zeile. Da steht, dass für jede Zahl k größer gleich 0 gilt, dass auch dieses Wort in der Sprache liegt. Und was ist das für ein Wort? Das ist ein Wort, bei dem wir drei der Teile behalten, wie sie waren, nämlich u, w und y. Und zwei der Teile, nämlich v und x, k mal wiederholen. Wobei k auch 0 sein darf wieder. Das heißt, wir dürfen v und x auch löschen. Dann haben wir einfach u, b, y als Wort. Oder wir dürfen beliebig oft Kopien von v und x einfügen. Sie sehen also, das, was hier aufgepumpt wird, ist das v und das x. Deshalb ist auch das das, was größer gleich 1 sein soll in der Länge, damit sich beim Pumpen was ändert. Ja, also Sie erinnern sich, bei regulären Sprachen haben wir auch diesen Teil, den wir pumpen möchten, in seiner Länge auf mindestens 1 festgelegt. Denn ansonsten ist die Aussage uninteressant, wenn wir das leere Wort wählen würden. Dann können wir es natürlich beliebig pumpen, aber das sagt uns nichts über die Qualität der Sprache, ob sie regulär ist oder nicht. Genauso soll es hier sein. Beim Pumpen soll sich was verändern. Deshalb müssen die Teile, die wiederholt werden, mindestens die Länge 1 haben. Zumindest 1 davon. Ja, das ist mit dieser hintereinander Hängung ausgedrückt. Okay, und der mittlere Teil soll irgendwie klein sein. Warum das so ist, werden wir noch verstehen. Schauen wir erstmal, was wir damit machen können. Wir haben hier eine Sprache, die wir als kontextfrei erkannt haben, nämlich die Sprache a hoch n, b hoch n oder a hoch i, b hoch i, wie ich es auch schreiben kann. Diese Sprache ist kontextfrei. Das heißt, für die sollte es möglich sein, diese ganzen Bestimmungsstücke zu finden. Tatsächlich können wir da ein relativ kleines n wählen. Das funktioniert schon ab n gleich 2 oder vielleicht sogar schon vor dem, nicht wahr? Aber n gleich 2 funktioniert. Und wir betrachten jetzt also ein Wort, was diese, ach so, pardon, n gleich 2 ist natürlich das kleinste. Ja, das ist die Gesamtlänge, die hier gemeint ist, nicht das i. Für n gleich 2 benötigt man also ein Wort, bei dem das i mindestens 1 ist, denn ich brauche ein a und ein b. Ansonsten wäre es das leere Wort, da kann ich offensichtlich nichts finden, was ich aufpumpen kann. Aber schon mit 2, also i gleich 1, funktioniert das, wenn ich hier ein a oder b habe. Wenn ich hier das Lemma, muss aber natürlich für beliebige Wörter gelten, die mindestens so lange sind. Das heißt, ich kann mich hier nicht auf das Wort a, b beschränken, muss also auch längere Wörter mit i größer gleich 1 betrachten. Nur den Fall 0 kann ich ausblenden, weil ich n gleich 2 gewählt habe. Okay, wie kann man jetzt so ein beliebiges Wort zerlegen? Naja, die Idee ist ganz einfach, wir wählen uns für den mittleren Teil v, w, x hier, das v so, dass es ein a ist, das w so, dass es das leere Wort ist, das x so, dass es ein b ist. Und u und y sind einfach die a's, die vor dem letzten a kommen oder die b's, die auf das erste b folgen. Das heißt also, ich habe i minus 1 viele a's, möglicherweise 0, wenn i gleich 1 war, dann habe ich v als a, x ist b und y ist wieder b, i minus 1-fach wiederholt. Okay, und dann sehen wir leicht, dass wir tatsächlich dieses Aufpumpen hier machen können, denn für jedes k wird dieses Pumpen hier nur dazu führen, dass wir statt einem a k a's haben und statt einem b k b's, aber die Gesamtzahl an a's und b's wird bei dieser Aktivität auf jeden Fall gleich bleiben. Das heißt, wir haben auch wieder ein Wort, das zur Sprache gehört. Okay, also so funktioniert das Aufpumpen und Sie sehen hier, ich kann also in der Mitte aufpumpen und das auch bei solchen Sprachen a hoch i, b hoch i erfolgreich tun, weil ich an zwei Stellen pumpe. Ich erhöhe die Anzahl der a's ebenso wie die Anzahl der b's. Das ist das, was uns bei dem anderen Pumping-Glamour für reguläre Sprachen hier gefehlt hat. Da konnte man einfach kein Stück finden, was man beliebig oft wiederholen kann und was nicht entweder die Gesamtzahl durcheinander bringt oder die Reihenfolge durcheinander bringt, weil man eben nur ein Stück hat und nicht zwei. Es ist also schon irgendwie erkenntlich, dass diese zusätzliche Kompliziertheit hier in dieser Aussage nicht ganz beliebig ist, sondern dass es notwendig ist, um mit kontextfreien Sprachen umzugehen. Okay, wie genau das alles zusammenhängt, wollen wir jetzt aber noch ein bisschen besser verstehen, indem wir das mal intuitiv erstmal durchdringen, also versuchen zu verstehen, wieso das Lemma genau so und nicht anders sein kann und warum das eigentlich Sinn ergibt. Und dann versuchen wir auch noch ein bisschen formal zu beweisen. Aber ich glaube, das Verstehen ist das Wichtigste hier. Der Beweis ist im Wesentlichen, dass man es versteht und dann kann man noch ein paar Kleinigkeiten ausrechnen. Was ist also die Kernidee? Sie erinnern sich, beim regulären Pumping-Lemma war die Kernidee sehr einfach. Wir hatten einfach gesagt, dass endliche Automaten, die ja bei regulären Sprachen zur Erkennung herangezogen werden können, immer nur endlich viele Zustände haben. Das heißt, wenn ein Wort relativ lang ist und der Automat es akzeptiert, dann muss er dabei einen Zustand mehrfach durchlaufen. Und wenn er einen Zustand mehrfach durchläuft, da der Automat kein Gedächtnis hat und nicht weiß, woher er kommt, kann er ihn auch mehr als zweimal durchlaufen. Wir könnten diese Wiederholung des mittleren Stückes beliebig oft durchführen, beliebig oft eine Schleife hier durchlaufen, immer wieder in den Zustand P dabei gelangen und irgendwann letztlich weitergehen zum Endzustand Qn. Und deshalb können wir pumpen, weil jede Schleife im Automaten beliebig oft auch nullmal durchlaufen werden kann, ohne dass es an der Akzeptanz etwas ändern kann. Okay, so funktioniert das Pumpen im regulären Fall. Jetzt haben wir bei kontextfreien Sprachen natürlich keine Automaten zur Hand, wissen zumindest noch nicht über solche, das kommt noch, und müssen uns irgendwie anders behalten. Bei kontextfreien Sprachen haben wir Grammatiken. Grammatiken sind aber natürlich in ihrer Natur auch endlich. Sie haben auch nur endlich viele Variablen zum Beispiel. Und deshalb können wir was ganz Ähnliches machen, nämlich, wir beobachten, Grammatiken haben nur endlich viele Variablen und wir überlegen uns dann, dass eine Erzeugung, eine Umformung, die zur Produktion eines langen Wortes führt, bei so einer Grammatik nicht nur unterschiedliche Variablen verwenden kann. Also, wenn ich eine sehr lange Ableitungskette dieser Form hier habe, dann muss es sein, dass eine Variable in dieser Kette mehrfach auftritt. Weil an jeder Stelle dieser Kette sind offenbar Variablen und die Gesamtzahl ist endlich, das heißt, irgendwie kann es jetzt zu einer Wiederholung kommen. Das reicht aber noch nicht. Einfach nur mehrfach vorkommen, wie hier oben bei dem Zustand des Automaten, genügt uns in dem Fall nicht, sondern wir fordern weiterhin, dass etwas, was letztlich für diese Variable hier eingesetzt wurde, dieses Wort Z, was wir hier markieren, was vielleicht Variablen und Terminalsymbole enthält, dass dieses Wort Z letztlich in etwas umgeformt wird, was wieder A enthält. Es genügt mir also nicht, dass A einfach nur mehrfach vorkommt an verschiedenen Stellen, sondern dass es ein A gibt, was durch etwas ersetzt wird, das am Ende wieder ein A enthält, bevor es endgültig durch Terminalsymbole ersetzt wird. Aber auch das ist unvermeidlich, wie wir sehen werden. Es ist auch hier so, dass wir einfach nicht genügend Variablen haben, um zu verhindern, dass irgendwann mal eine Variable durch einen Teil ersetzt werden muss, der diese Variable später nochmal erhalten wird und die dann nochmal durch etwas anderes ersetzen lässt. Okay. Und auch das wird uns genau analog zu dem Argument bei Automaten dazu führen, dass wir eine Schleife haben, weil wir ja die Variable, die wir hier schon mal ersetzt haben, am Ende nochmal finden. Und diese Schleife beliebig oft durchlaufen können. Also das, was ich hier am Anfang getan habe mit A, könnte ich einfach nochmal tun, hätte aber auf dem Weg dahin schon einmal V und einmal X generiert, links und rechts. Und Sie sehen schon, die Bezeichnung hier ist die gleiche, wie im Pumping Lemma selbst. U, V und XY. Und in der Mitte kommt dann hier irgendwie noch ein W. Okay. Und so geht es hier also, nur dadurch, dass eben das kein Automat ist, der immer nur liest und den Zustand am Ende vorwärts schiebt, sondern eine Grammatik, die auch in der Mitte neue Bestandteile generieren kann, habe ich unter Umständen etwas vor und ebenfalls etwas nach dieser Stelle. Und deshalb muss ich an zwei Stellen pumpen. Okay, gut. Also das, die Analogie zwischen den beiden Aussagen und die Intuition, die wir schon mal mitnehmen können. Okay, noch intuitiver, ja, es geht noch intuitiver, wird es, wenn wir das Ganze grafisch darstellen. Da hilft uns sehr der Ableitungsbaum, den wir schon vorher kennengelernt haben für kontextfreie Grammatiken als eine bequeme und sinnvolle Darstellung dessen, was in so einer Ableitung eigentlich passiert. Ich kann den skizzieren, ja, das mache ich einfach als Dreieck, ja, mit der Startvariable ganz oben als Wurzel und das abgeleitete Wort letztlich ganz unten an den Blättern in Form der dort stehenden Terminalsymbole. Das ist also mein Baum von ganz schön weit weg, der irgendwie innerlich eine Struktur enthält, bei der viele Dinge durch andere jeweils ersetzt werden. In diesem Baum gibt es Pfade, ja, also hier teilt sich an jeder Ebene wieder der Baum auf, also jedes Symbol, was hier vorkommt, jede Variable, die in den inneren Knoten steht, wird irgendwie ersetzt und es gibt vielleicht mehrere Kinderknoten und entlang dieser Kindbeziehungen kann ich Pfade finden, sodass ich irgendwo mitten im Baum vielleicht zu einer Variable A gelange. Sie erinnern sich, an jedem Knoten steht genau eine Variable oder an den Blättern ein Terminalsymbol. Das bedeutet, hier könnte zum Beispiel eine Variable A stehen und man könnte sich jetzt auch vorstellen, dass so wie in dem Schema, das ich Ihnen gerade gezeigt habe, es möglich ist, diesen Pfad fortzuschreiben und irgendwann wieder ein A zu erhalten in einem längeren Pfad. Also das ist also ein Pfad von der Wurzel zu den Terminalsymbolen, auf denen das gleiche, die gleiche Variable, das gleiche Nicht-Terminalsymbol zweimal auftaucht. Das ist genau das, was ich gerade schriftlich dargestellt hatte, jetzt grafisch. Wenn dem so ist, dann gibt es natürlich unterhalb des ersten Vorkommens von A einen Teilbaum. A ist ja wieder die Wurzel von einem kleineren Baum, der in dem großen drin steckt. Das ist bei allen Bäumen so, wenn Sie irgendeinen Knoten nehmen, den festhalten, dann finden Sie darunter wieder einen Baum. Sonst wäre das Ganze ja auch kein. Das heißt, das sind all die Dinge, die aus A abgeleitet werden können. Und Gleiches finden wir auch bei dem unteren Vorkommen von A. Auch hier gibt es einen Teilbaum, der bei diesem unteren Vorkommen beginnt. Das ist das, was ich Ihnen im Prinzip gerade dargestellt habe, aber etwas grafischer mit den entsprechenden Wortbestandteilen, die wir hier unten finden würden. U, V, W, X und Y. Das ist also das abgeleitete Wort im Ganzen. Und die Teile, die jeweils aus einem dieser Bäume herrühren, die habe ich entsprechend beschriftet. Und Sie sehen, dass wir hier fünf Teile bekommen, genauso wie das eben in diesem Pumping-Glamour benötigt wird. Okay, so eine Struktur suchen wir. Und es ist eigentlich klar, dass wir so eine Struktur immer finden, wenn es einen Pfad gibt, auf dem eine Variable wiederholt wird. Es ist nicht immer klar, dass V wirklich nicht leer ist. Es könnte das leere Wort sein, das V oder vielleicht auch das X. Beide sollten nicht das leere Wort sein. Darüber müssen wir noch reden. Aber diese Skizze hier des Baumes stellt natürlich zwar anschaulich dar, was passieren könnte, aber darf nicht zu wörtlich genommen werden. Also nicht alles, was hier eine Strecke ist, ist auch wirklich nicht leer zum Beispiel. Auch das Y dürfte natürlich leer sein. Das A dürfte gleich S sein. All solche Dinge erlauben wir. Aber im allgemeinen Fall kann man es so darstellen, wie ich es hier gezeigt habe. Okay. So was finden wir also, wenn sich eine Variable während der Ableitung wiederholt, und zwar in einem Teil, der aus ihr selbst hervorgegangen ist. In dem grünen Teilbaum findet sich nochmal die Variable selbst, die an der Wurzel schon steht. Okay. Wenn wir das also haben, dann können wir offensichtlich die Ableitung aufpumpen. Wie geht das? Naja, es ist ganz einfach. Wir betrachten diese Teile, die wir hier erhalten. Drei Teilbäume. Das sind immer noch Bäume, aber keine richtigen Ableitungsbäume mehr. Ich habe hier was rausgelöst. Das A ist noch nicht fertig ersetzt. Auch hier ist immer noch ein Blatt, was mit A beschriftet ist. Und hier haben wir die Wurzel A. Und die Blätter sind dann Terminalsymbole. Also diese Teilstücke haben wir. Und wir wissen, dass die mit den Produktionsregeln der Grammatik irgendwie erstellt werden können. Sonst hätten wir den Ableitungsbaum schon von vornherein nicht so finden können. Okay. Und jetzt können wir diese Teilstücke neu zusammenpuzzeln. Wir könnten zum Beispiel direkt aus dem äußeren Ableitungsbaum von S her bis zu A gehen und dann das A, was wir dort erhalten, direkt durch den kleinen Baum ersetzen. Der beginnt ja auch mit A. Dann hätten wir das Wort U, W, Y abgeleitet. Okay. Das wäre ein kleinerer Ableitungsbaum als das Original mit null Wiederholungen von A und X. Wenn wir das tun, was wir ursprünglich hatten, den Baum, den grünen Teil hier einsetzen, dann erhalten wir das Wort, mit dem wir begonnen haben, U, V, W, X, Y. Wir können den grünen Teil aber auch wiederholen, indem wir einfach hier an dieses A nochmal den Baum mit dem A ansetzen. In dieser Hinsicht gleichen auch die Grammatiken, die kontextfreien Grammatiken, natürlich den Automaten. Sie erinnern sich nicht daran, wie sie irgendwo hingekommen sind. Also für die kontextfreie Grammatik macht es keinen Unterschied, ob von diesem A aus der grüne Baum abgeleitet wird oder von diesem A oder eben noch einmal von diesem A aus. Sie können das so oft machen, wie Sie möchten und es wird in jedem Fall erlaubt sein. Die Grammatik hat keine Möglichkeit, das zu verbieten. Sie kann nicht mitzählen, während wir das generieren. Und Sie sehen, das Wort, was wir jeweils ableiten, enthält entsprechend mehr Kopien der zusätzlichen äußeren Terminalsymbole, die durch diesen grünen Baum hier eingebracht werden. Das heißt, wir haben hier schon 3v und 3x. Und im Allgemeinen kann man leicht erkennen, wenn ich den grünen Teil hier k mal wiederhole, dann erreiche ich genau das Wort uv hoch k wie x hoch k y, wie es das Pumping-Lämmer auch behauptet. Okay. Und jetzt verstehen Sie im Prinzip schon das Pumping-Lämmer. An der Stelle sollten Sie im Großen und Ganzen sehen, aha, ja, klar, kein Problem, das geht. Es ist eigentlich nur Puzzlen mit Ableitungsbäumen. Okay. Das heißt, wir haben eigentlich schon einen guten Teil dieses Pumping-Lämmer bewiesen. Das Wichtigste, die wichtigsten Ideen sind klar. Vor allem ist klar, warum man 5 Stücke braucht, wenn man von der Mitte her erzeugt, anstatt an einem Ende, wie beim Pumping-Lämmer für reguläre Sprache. Und das hilft natürlich, wenn man das verstanden hat, auch um sich diese Formulierung zu merken. Ja, also wenn Sie mal in irgendeiner Prüfung sitzen und da sagt jemand, geben Sie das Pumping-Lämmer für kontextfreie Sprachen an, dann können Sie sich diese bunten Bäume vorstellen und im Prinzip ablesen, was man da rüber sagen kann. Okay. Was wir also gesehen haben zu diesem Lämmer ist bereits, wenn es einen Ableitungsbaum für ein Wort z gibt, der einen Pfad enthält, in dem eine Variable a mehrfach vorkommt, dann gibt es auch eine Zerlegung, wie hier gefordert, die wesentliche Eigenschaften des Lämmer hat. Also insbesondere die Eigenschaft, dass ich beliebig viele Wiederholungen hier einfügen kann und trotzdem noch in der Sprache bleibe. Gut. Das ist die Kernidee des Pumpens, aber es gibt noch ein paar Details hier in diesem Lämmer, die wir noch nicht bewiesen haben mit dieser Skizze, die wir gerade gesehen haben. Der erste Teil ist, wieso wissen wir, dass die beiden Teile, die wir pumpen möchten, zusammengenommen zumindest ein Terminalsymbol enthalten. Wie kann man sicher sein, dass wir so eine Zerlegung finden können, die dazu passt? Auch wichtig zu wissen ist es, wie groß muss dieses Wort eigentlich sein? Wie lang müssen die Wörter mindestens sein, damit ein Ableitungsbaum überhaupt gefunden werden kann, der auf einem Pfad eine Variable mehrfach enthält? Bisher haben wir ja nur gesagt, ja, wenn eine Variable mehrfach vorkommt, dann funktioniert das alles. Aber um wirklich zu verstehen, dass das unausweichlich ist, dass man für irgendein n so eine doppelte Variable findet, hilft es, wenn man sich mal genau überlegt, wie groß dieses n dann sein muss. Und dann haben wir natürlich noch diesen dritten Teil, der fordert, dass der mittlere Teil, grün und rot zusammen, nicht länger ist als dieses n. Und auch da können wir uns fragen, wieso ist das so? Woher kommt das? Diese Nebeneigenschaften, ich meine, diese ist natürlich wichtig, ohne die lohnt sich das Pumpen nicht, aber auch diese Eigenschaft, die wird uns nützen, um dieses Lemma dann auch anzuwenden und noch ein bisschen strenger zu machen, anstellen, wo wir diese Strenge brauchen, um zu sehen, dass eine Sprache nicht kontextfrei sein kann. Das kommt auch noch, sage ich Ihnen am Ende. Okay, also erst mal zu unseren drei offenen Fragen. Wieso sollte das alles gelten? Und es hilft hier, um diese Dinge zu sehen, dass man annimmt, dass die Grammatik, mit der wir arbeiten, schon in Chomsky-Normalform gegeben ist. Sie erinnern sich, Chomsky-Normalform, ganz einfache Form von kontextfreien Grammatiken, bei der wir Ableitungsbäume erhalten, die Binärbäume sind, weil jede Variable immer entweder gleich durch ein Terminalsymbol ersetzt wird, dann sind wir fertig an dieser Stelle der Umformung, oder aber die Variable wird ersetzt durch genau zwei andere Variablen. Dann gibt es eben zwei Kinder und es entsteht ein Binärbau. Das ist nützlich und wir haben gesehen, dass diese Form immer herstellbar ist, mit Ausnahme von Sprachen, die das leere Wort enthalten. Aber das leere Wort ist in dem Fall, wie man sehen kann, sicherlich sowieso nicht besonders interessant, denn wir können eine Grammatik wählen, die alle Wörter der Sprache generieren kann, außer das leere Wort. Und das wird eben so funktionieren. Das beeinträchtigt die Aussage für die Sprache nicht, denn die Möglichkeit, dass hier das leere Wort gewählt wird, um zerlegt zu werden, ist ohnehin nicht realistisch, denn wenn das Wort selbst leer wäre, dann könnte kein Bestandteil des Wortes größer gleich 1 sein in der Länge. Also es ist dieses größer gleich 0, das habe ich so aus Symmetrie zum Pumping-Glammer für reguläre Sprachen geschrieben, wo ich es auch schon so hatte, aber eigentlich könnte man auch streng größer 0 fordern, denn es ist klar, dass für n gleich 0 oder für Wörter der Länge 0 diese Eigenschaften nicht funktionieren können. Okay, also das leere Wort interessiert uns ohnehin nicht. Wir interessieren uns für die anderen Wörter und für alle diese anderen Wörter können wir eine CNF finden, die sie generiert und mit der können wir arbeiten, um diese Eigenschaften zu zeigen. Das ist auch ganz interessant, dass die Eigenschaften natürlich in gewisser Weise aus dieser Idee des Ableitungsbaumes kommen, aber dass natürlich der Ableitungsbaum für jede Grammatik sehr unterschiedlich aussehen kann, auch wenn am Ende die gleiche Sprache rauskommt. Das heißt, für eine Sprache gibt es viele Grammatiken, die haben alle ganz unterschiedliche Ableitungsbäume und nicht alle davon eignen sich wirklich, um diese Argumentation zu machen, die ich Ihnen in Form von bunten Bildern hier dargestellt habe. Damit das wirklich funktioniert, ist es gut, wenn man eine Grammatik nimmt, die schon in vielerlei Hinsicht vereinfacht ist. Sie können sich zum Beispiel vorstellen, Kettenregeln sind nicht günstig, wenn man das machen will. Kettenregeln waren die Regeln, bei denen wir einfach eine Variable durch eine andere ersetzen. Diese Regeln führen nicht zu einer Verbreiterung des Baumes. Sie führen zu schmalen Pfaden im Baum, wo jeder Knoten genau ein Kindknoten hat. Und solche Pfade lassen sich nicht gut pumpen. Also selbst wenn Sie da eine Wiederholung entdecken und dieses Stück der Ableitung beliebig oft wiederholen, wird dadurch nichts größer werden am Ende. Sie verlängern nur die Ableitung, aber Sie generieren nicht zusätzliche Sachen. Also Kettenregeln wären ein Problem und die CNF hat die schöne Eigenschaft, dass es da keine Kettenregeln gibt, sodass wir also bei Ableitungen auch immer irgendetwas herausbekommen, wenn wir sie länger machen. Das heißt, längere Ableitungen erzeugen auch immer größere Wörter in CNF. Gut, da sehen Sie auch schon, wieso dieser erste Teil hier gelten sollte in CNF. Warum sollte denn das, warum sollten die Wörter V und X, die links und rechts des grünen Baumes, die Blätter bilden, mindestens ein Element enthalten? Naja, Sie erinnern sich, wie der Baum aussieht, ja? Also wenn ein Ableitungsbaum in der Grammatik existiert, der diese Form hat, mit dem wiederholten Vorkommen von A, dann muss ja auch dieser obere A-Knoten schon genau zwei Kinder haben, denn es ist ein innerer Knoten, unter ihm kommt noch mal mehr. Und in CNF muss das bedeuten, dass es genau zwei Kinder gibt. Das ist so bei diesen inneren Knoten, außer bei denen, die in der letzten Ebene auftauchen. Und da die Grammatik selbst auch Epsilon-frei ist, also niemals eine Variable durch das leere Wort ersetzt, heißt das, dass auch beide Kinder tatsächlich nicht leere Wörter hervorbringen. Und jetzt wissen wir nicht, ob dieses zweite A hier unter dem linken oder dem rechten Kind ist. Das ist in meiner Skizze nicht angedeutet, kann auch mal so und mal so sein, aber wir wissen, dass es neben dem Kind, unter dem das zweite A hier vom roten Baum folgt, auch noch irgendwo ein anderes Kind gegeben hat, das meinetwegen davor lag und dass dieses andere Kind davor auch letztlich zu irgendeinem Terminalsymbol, mindestens zu einem führen muss. Das heißt, in dem Fall ist schon mal V nicht leer. Wenn das Kind dahinter lag, das zweite, dann können wir das gleiche hinten annehmen und wir wissen, dass dort ebenfalls zumindest irgendein Symbol erzeugt werden würde, dann wäre das X nicht leer. In jedem Fall kann es nicht passieren, dass beide Seiten leer sind. Eine, die kann durchaus leer sein. Das ist durchaus möglich und es kann sogar nötig sein, dass wir so pumpen, dass an einer Stelle nur etwas generiert wird und an der anderen nicht. Das kommt auf die Sprache an. Okay, aber wir wissen also, der grüne Teil hat echt irgendwelche Blätter am Ende, wie es sich für einen Baum gehört. Okay, das also haben wir schon mal gezeigt. Es bleiben noch zwei weitere Eigenschaften. Die nächste Eigenschaft, die wir prüfen wollten, ist, woher wir überhaupt wissen, dass das A in dieser Ableitung doppelt vorkommen muss. Ja, also, wie groß muss so ein Ableitungsbaum, wie hoch muss so ein Baum eigentlich sein, damit sichergestellt ist, dass sich Variablen auf einem Pfad wiederholen. Damit sich Variablen überhaupt im Baum wiederholen, würde es schon ausreichen, wenn der Baum insgesamt mehr als, mehr Knoten hat, mehr innere Knoten hat, als es Variablen in der Grammatik gibt, dann muss mindestens eine Variable doppelt vorkommen. Aber das stellt nicht sicher, dass die Variable auch auf dem gleichen Pfad doppelt vorkommt. Es könnte in parallelen Pfaden liegen, dieses Doppelte vorkommen. Damit ein Pfad ein Symbol zweimal enthält, muss dagegen gelten, dass ein einziger Pfad schon länger ist, als die Anzahl der Variablen in der Grammatik. Wir brauchen also sehr lange Pfad. Wir wissen bereits, dass in CNF jeder Ableitungsbaum ein Binärbaum ist, bis auf die letzte Ebene, in der wir die Variablen direkt durch Terminale ersetzen. Das ist sehr praktisch, denn bei Binärbäumen kann man gut abschätzen, wie groß die werden können. Ein Ableitungsbaum für ein Wort muss ja in aller Regel eine gewisse Anzahl Blätter haben. Jedes Blatt ist ein Zeichen, das heißt, es gibt genauso viele Blätter, wie in diesem Wort Symbole vorkommen. Ein Binärbaum mit so vielen Blättern, also Länge von z vielen Blättern, muss aber Pfade einer Länge haben, die mindestens dem Logarithmus zur Basis 2, dem Logarithmus dualis, der Länge von z entsprechen. Wieso ist das so? Naja, so rum ist vielleicht schwieriger zu sehen. Einfacher ist, wenn man sich fragt, wie viele Blätter hat ein Baum, der eine bestimmte Tiefe hat. Und da sieht man leicht, wenn ich eine tiefe L habe, dann kann ich unter Umständen 2 hoch L viele Blätter erzeugen in so einem Binärbaum. Ja, also die Anzahl der Blätter ist exponentiell in der Tiefe des Baumes. Das ist das Maximum, was man erreichen kann. Und wenn man das umdreht und die Anzahl der Blätter festhält, dann ergibt sich die Länge der Pfade mit dem Logarithmus. Und das ist zur Basis 2, weil wir hier auch 2 hoch L schreiben. Okay. Also bedeutet das, dass wir durch Wählen eines ausreichend langen Wortes auch ausreichend lange Pfade erhalten können. Es kann natürlich auch sein, dass die Pfade ohnehin lang sind. Also es gibt natürlich auch unbalancierte Binärbäume. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Binärbaum, bei dem nur aus einem der beiden Kindknoten wieder zwei neue Variablen abgeleitet werden, während der andere Kindknoten einfach direkt durch ein Terminalsymbol ersetzt wird. Dann entsteht ein Baum, der sehr schmal aussieht, der sich kaum verzweigt und der im Prinzip dem Ableitungsbaum gleich, den man für eine reguläre Sprache erhalten würde. Und diese Art von Ableitungsbaum hat natürlich auch sehr lange Pfade. Die Pfade wären in dem Fall proportional in ihrer Länge zur Länge des Wortes. Aber wenn ich auf beiden Seiten der Kinder neue Kinder generiere und nicht direkt zu einem Terminalsymbol gehe, dann kann ich natürlich mit einer viel weniger hohen Baumstruktur auch schon sehr, sehr viele Kinder erzeugen. Auf jeder Ebene verdoppelt sich die Zahl der Kinder in diesem Fall. Okay. Und wir wollen natürlich nur den Worst Case abschätzen. Das heißt, wir wollen wissen, wie lang muss das Wort sein, damit es mindestens so lange Pfade gibt. Wenn die Pfade, die es dann gibt, tatsächlich noch viel länger sind, ist es auch kein Problem. Hauptsache ist, dass sie eine bestimmte Länge überschreiten. Und diese Länge muss natürlich größer sein als die Anzahl der Variablen. Denn wenn das gegeben ist, dann wissen wir, dass mindestens eine Variable doppelt enthalten sein muss. Das ist das einfache Schubfachprinzip. Wenn es mehr Knoten gibt als Variablen, dann müssen zwei Knoten mit der gleichen Variable beschriftet sein. Okay. Gut. Und das können wir jetzt alles zusammenwerfen und finden heraus, dass wir Wörter benötigen, die mindestens zwei Hochanzahl der Variablen lang sind. Denn wenn das der Fall ist, dann muss es einen Pfad geben, in dem eine Variable doppelt vorkommt. Das heißt, das ist unser gesuchtes N. Das ist ein ganz schön großes N. Natürlich können Sie jetzt sagen, aber für das Lemma tut das nichts zur Sache. Außerdem haben wir gesehen, dass diese Abschätzung nicht immer das kleinstmögliche N liefert für eine gegebene Sprache. Also wir hatten ja gerade schon ein Beispiel mit A hoch N B hoch N, bei dem wir gesehen haben, dass wir die A hoch I, B hoch I, hatte ich da wohl weislich geschrieben, weil das N im Lemma vorkommt, wo wir gesehen hatten, dass also das N gleich zwei in dem Fall schon ausreicht. Das ist also ein sehr kleines N und vielleicht kleiner als das, was man mit einer bestimmten Grammatik, zumindest mit einer N-Chomsky-Normalform da erheichen wird. Okay, gut, also mit zwei Hoch Anzahl der Variablen großen Ns sind wir auf der sicheren Seite. Was fehlt noch zum Beweis? Der letzte Teil ist die Frage, warum sollte der innere Teil, also das, Sie erinnern sich, was im Bild grün und rot beschriftet oder hervorgehoben war, V, W, X, hintereinander geschrieben, kleiner gleich sein diesem N. Warum sollte der mittlere Teil nicht größer sein als das? Naja, die Antwort darauf ergibt sich eigentlich direkt aus dem, was wir gerade über N und die Tiefe von Bäumen gesagt haben. Wenn wir wieder uns überlegen, wie das zusammenhängt, dann wissen wir, die Tiefe L ergibt 2 hoch L viele Blätter und wir wissen, N ist gewählt als 2 hoch Anzahl von Variablen. Also das ist die Obergrenze, die wir nicht überschreiten sollten. Und wir können also jetzt annehmen, dass das obere doppelte Vorkommen der gewählten Variable, maximal V-Schritte von der vorletzten Ebene, das heißt, dass sie der letzten im inneren Binärbaum entfernt ist. Also das obere doppelte Vorkommen ist das erste A, das ist die Wurzel des grünen Baumes in meiner Zeichnung. Das muss nicht weiter als V-Schritte weit weg sein, denn wenn Sie von den Blättern ausgehend mehr als V-Schritte nach oben durchführen, dann sehen Sie garantiert eine Variable doppelt. Und wenn Sie die erstbeste nehmen, die doppelt vorkommt, dann ist die nicht mehr als V-Schritte weit entfernt, denn laut Schubfrachtprinzip wird spätestens da eine Variable zweimal auftauchen. Das heißt, wenn wir von unten her gehen, im Prinzip mit einem ähnlichen Argument wie das, was uns gerade zu diesem N geführt hat, können wir erkennen, dass wir gar nicht so sehr weit von den Blättern weg müssen, bis das erste doppelte Vorkommen vorkommt. Und wenn wir uns dann überlegen, wie groß der Baum wird unterhalb dieses Vorkommens, dann sehen wir, dass der wieder mit der gleichen Abschätzung 2 hoch v viele Blätter, das könnte ich sagen, erzeugen kann. Sie wissen, die Blätter im Binärbaum sind noch mal eine Ebene vor den Blättern im Ableitungsbaum, weil wir am Ende immer noch jede Variable mit einem Nicht-Terminal-Symbol ersetzen müssen, aber die Anzahl der Blätter ändert sich in diesem letzten Schritt ja nicht. Da wird nur eine Variable durch ein Nicht-Terminal ersetzt. Das bleibt also gleich. Das bedeutet, wir haben wirklich am Ende diese maximale Anzahl an Blättern unterhalb des oberen der beiden Doppelten Vorkommens, des oberen A. Wir können immer von unten her ein A wählen, was diese Eigenschaft hat. Okay? Das heißt, zusammengefasst, beim Aufpumpen verwenden wir im Wesentlichen die Eigenschaft, dass ein Pfad des Ableitungsbaumes eine Variable doppelt enthält. Sofern das gegeben ist, können wir pumpen. Wenn wir die Ableitungsbäume, die wir uns anschauen, aus einer CNF-Grammatik erzeugen, von der wir wissen, dass es sie immer gibt für die Sprache, notfalls ohne das Wort Epsilon, was ohnehin nicht interessant ist, für dieses Lemma, dann wissen wir, dass es auch, dass es in jedem Fall ausreichen wird, wenn das Wort mindestens zwei Hoch Anzahl von Variablen viele Zeichen enthält. In vielen praktischen Fällen geht es mit weniger, aber das reicht in jedem Fall. Und die beiden Nebeneigenbedingungen, dass zumindest irgendwas durch das Aufpumpen gepumpt wird und dass der Baum oder die Bäume, die wir durch Wiederholung pumpen, nicht länger sind als das Lem selbst, die ergeben sich aus den Okay, gut, das war's, das ist das Pumping Glamour für Kontextfreie Sprachen gewesen. Ich hoffe, Sie haben alles verstanden, sonst müssen Sie das Video nochmal anschauen. Zu guter Letzt, bevor ich abschließe, möchte ich nochmal kurz zeigen, was man jetzt damit machen kann. Das Pumping Glamour hat natürlich bestimmte Ähnlichkeiten mit dem für reguläre Sprachen, auch in dem, was die Anwendung betrifft. Also Sie haben hier auch wieder die Eigenschaft, dass Pumpen zwar notwendig ist bei kontextfreien Grammatiken, aber nicht hinreichend für die Kontextfreiheit. Das heißt, es gibt auch wiederum nicht kontextfreie Sprachen, die mit dieser Zerlegung, wie ist das Pumping Glamour für kontextfreie Sprachen, wo sie aufgepumpt werden können. Aber umgekehrt können wir es nutzen, um nicht kontextfreie Sprachen zu erkennen. Denn wenn eine Sprache nicht aufgepumpt werden kann, dann ist sie garantiert auch nicht kontextfrei. In diese Richtung funktioniert die Implikation. Und dafür habe ich gleich noch ein Beispiel, und zwar ein sehr typisches für nicht kontextfreie Sprachen. Das ist die Sprache a hoch i, b hoch i, c hoch i. Für beliebige i größer gleich 0. Die ähnelt sehr der Sprache a hoch i, b hoch i, die wir schon angeschaut haben, aber jetzt kommt noch ein c darin vor. Das heißt, wir haben jetzt drei verschiedene Buchstaben, die aber alle gleich oft in Erscheinung treten müssen und natürlich in dieser Reihenfolge. Und ich behaupte, dass das nicht kontextfrei möglich ist. Und das möchte ich zeigen, indem ich zeige, dass man das nicht aufpumpen kann. Dazu nehmen wir einen Widerspruch an, dass es kontextfrei wäre und nehmen an, dass es ja dann irgendwie möglich sein müsste, es aufzupumpen. Das heißt, es gäbe so ein n. Wir wissen nicht, wie das aussieht. Wir kennen ja die Grammatik nicht. Es gibt ja auch keine, wie wir zeigen wollen. Aber wenn es eine gäbe, dann gäbe es auch irgendein n. Und das bedeutet, dass auch das Wort a hoch n, b hoch n, c hoch n durch das Pumping-Lemma zerlegbar sein müsste, so wie es dort gefordert ist. Das ist ja sicherlich länger als n. Also gilt das Lemma für dieses lange Wort. Und das Wort ist jetzt so lang gewählt, dass also wie Sie sehen, es die Länge 3n hat. Und also sehr viele a's, sehr viele b's und sehr viele c's hier drin auftauchen. Exponentiell viele, wenn Sie die Grenze von vorher nehmen. Okay. Für so ein Wort müsste es jetzt eine Zerlegung geben. Und das kann man sich vielleicht noch vorstellen, dass das irgendwie gehen könnte, wobei es schon schwierig wird. Aber wir haben ja noch Nebenbedingungen, die nämlich sagen, dass der mittlere Teil der Zerlegung nicht größer sein darf als n. und und das ist eine starke Einschränkung. Wenn Sie irgendeinen zusammenhängendes Infix infix hier der Länge n heraussuchen, dann enthält das entweder nur a's oder a's und b's oder nur b's oder b's und c's oder nur c's. In jedem Fall kommen in diesem mittleren Teil aber nur zwei der drei Arten von Buchstaben vor. Also der rote und der grüne Baum würden zusammen entweder nur a's und b's oder b's und c's enthalten oder vielleicht sogar nur b's oder nur a's oder nur c's. Wenn Sie dann so einen Teil aufpumpen, können Sie natürlich nur die Anzahl der Buchstaben erhöhen, die auch schon vorher in den Blättern dieses Baumes vorkamen, also die in diesem Teilwort v, b, x irgendwie auftauchten, genau im Teilwort v und x. Und wenn Sie das machen, dann sehen Sie, dass die Gesamtbalance hier durcheinander kommt. Das können wir mit Fallunterscheidung noch ein bisschen klarer argumentieren. Wir nehmen mal für den Fall 1 an, dass das v, x ein Teilwort von a hoch n, b hoch n ist, also es gibt dort keine c's. Wenn ich das jetzt also aufpumpen würde, schon mit dem k gleich 2, würde irgendetwas in der Anzahl wachsen, irgendeine, die Zahl von a's oder von b's oder von beidem würde sich erhöhen. Die Zahl der c's würde aber konstant bleiben, denn die kommen ja überhaupt nicht vor in diesem Teilwort und das bedeutet, dass das Wort, was ich dann erhalten würde, garantiert nicht in der Sprache liegt. Und gut, im anderen Fall, indem ich keine a's in dem zu pumpenden Teil finde, ist es natürlich genauso und auch da kann man also kein Wort in der Sprache finden. Okay. Und da das alles ganz allgemein geschehen ist, was wir argumentieren für beliebige oder für ein angenommenes n und ein passendes Wort kann man sehen, dass es unmöglich ist, in diesem Fall das Pumping-Glamour anzuwenden. Das führt immer zu Fehlern. Okay. Gut, das heißt, diese Sprache ist nicht kontextfrei aufpumpbar und deshalb ist sie auch nicht kontextfrei. Und damit haben wir unser erstes Beispiel für eine nicht kontextfreie Sprache gesehen und dazu noch ein Beispiel, das offensichtlich endlich beschreibbar ist, also nicht nur laut Georg Cantor existiert, sondern das auch ganz konkret existiert und für das man auch eine Grammatik finden kann, eben nur keine kontextfreie. So. Damit war es das zunächst für dieses Video. Wir haben noch ein paar andere Dinge vor uns im Bereich kontextfreie Sprachen. Um zu zeigen, dass eine Sprache nicht kontextfrei ist, können wir natürlich noch mehr Methoden anwenden vielleicht. Bei regulären zum Beispiel hatten wir da die Abschlusseigenschaften, der regulären Sprachen genutzt. Vielleicht geht das ja auch. Darüber wird zu sprechen sein. Gibt es überhaupt Abschlusseigenschaften für kontextfreie Sprachen oder eher nicht? Und wir haben immer noch nicht über Automaten gesprochen. Gibt es ein Berechnungsmodell für kontextfreie Sprachen? Auch das müssten wir noch besprechen und das kommt in den nächsten Videos. Für heute reicht das. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.